Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Hardgold. Im letzten Part sind wir in Anemonia City angelangt, haben wir noch einen kleinen Kampf mit Usin gemacht, weil der unbedingt drauf bestand, weil wir so einen Kuhn versteucht haben oder so, oder Kern, vielleicht ist es auch einfach so, was weiß ich. Und wir sind jetzt mal gerade so jux davor, in die Arena von Anemonia City zu gehen. Und wenn wir damit fertig sind, gibt die uns was, was Tolles. Und deswegen gehen wir da jetzt rein, so. Kurz entschlossen, wuhu! Hallo, Hartwig! Ist so in seinem Training vertieft, dass er dich gar nicht bemerkt. Hm, da müssen wir wohl den Wasserfall ausmachen, der ihm voll auf den Kopf schlägt. Naja, dann gehen wir mal so langsam nach oben und... Hallo, na? Ich habe auch wieder nichts besser zu tun, als die Leute hier zu verhafen. So. Komm, spielen wir das Spiel, tun wir so, als würde Pokémon uns Spaß machen. Okay. Bitte das Gegenteil von... Natürlich macht mir Pokémon Spaß, sonst würde ich erst nicht spielen. Bloß, es gibt Kämpfe, die halt sehr langwierig sind. Und ich sehe gerade diesen schönen Levelanstieg schon wieder von 27. Na, Elekorti könnte ich es mit den Leuten hier aufnehmen. Also mit den Pokémon hier. Könntest du bitte dies, das, 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 das tut weh. Das tut voll Aua. Untersteh dich. Es wäre schön, wenn mal deine Flinkklaue funktionieren würde. Okay, Kickly macht eh Meditation, das ist gar nicht mehr so schlimm. Weil jetzt könnte es weghauen, ja. So, das war das, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Weil es war kurz halt auf einmal wieder weg, weil mich das Wubbel und Geschwubbel von Kickly aus dem Konzept gebracht hat. Was, ist unmöglich? Ja, doch, ist passiert. Aber ich habe doch gerade eben gesagt, Mann, glaubt mir wieder keiner, ne, Kirin? Du siehst schon wieder total verzweifelt aus. War ich zuvor, um ins Pokémon-Zentrum zu latschen? Nääääh. So, aber das ging ja noch. So, weiter geht's. Da ist schon der Nächste. Oh nein, er versperrt mir den Weg. Jetzt komme ich da nicht lang. Was soll ich nur tun? Ja, das ist... Ja, Häusler, ja, lass dich Häusler sprechen. Komm, komm her. Ja, ich hole dir mit ins Gesicht. Bitte ins Gesicht. Hast du Nocchan oder was? Ne, Macholo. Nocchan wäre jetzt irgendwie logischer gewesen, aber es ist auch in Ordnung. So, nochmal, Flammenrat. Ja, jetzt funktioniert die Flinkklaue. Ist ja toll. Kirin, das hätte dir auch früher einfallen können. Hättest dir so viel Leiter sparen können. Dass der Schatten einfach mal nicht mit dem Sprite geht. Ja, das sah lustig aus. Jetzt ein Volltreffer. Komm, komm, Volltreffer. Ah, verdammt. Geowurf. Yay. Mein armer Hund. Du blödes Macholo. Jetzt hau ich dich so richtig kaputt. Tutu, lass das. So, ich soll ja mit Psycho angreifen, ne? Hat er mir gesagt, der Kerl im Pokémon-Tenta. Ich habe aber keine Psycho-Pokémon. Was mache ich jetzt? Da bin ich ja richtig gearscht. Na ja. Wir haben ja noch unser Tutu. So, ein Maschok. Das kriegt Tutu auch weg. Hat ja Konfusion. Und ist schneller. Das finde ich gut. Aber es wäre schön, wenn du meine Verteilung hier senken würdest. Naja. Ja, das wäre echt super. So. Konfusion. Ein bisschen mehr abziehen, bitte. Ne. Oder verwirre ihn einfach mal. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dass Tutu einfach mal die Konfusion nutzt, um den Gegner zu verwirren. Was wir Tutu auch nicht machen. Weil Tutu tut und tut. Ne? Wissen wir doch. So. So. Maschok ist weg. Und der Peters besiegt. Ja, das sagt er nichts mehr. War nicht viel mit Fäusten, ne? So, jetzt komme ich da nicht lang. Ich gehe aber nochmal kurz wieder raus. Ins Pokémon ist hintergerannt, weil wir jetzt bei den ganzen Sachen hier... Tom, was willst du? Ich bin gerade voll mit den Indie-Part. Hallo, ja, hallo. Ja, ist okay, ja. Das ist ja der Habitax, ja. Ah, leichte nicht. Ja, in Ordnung. Bleib sauber, ja. Ich bin sauber. Ich habe heute Morgen geduscht, Mann. Wirst du sagen, ich stinke? Alter, würdest du sagen, ich stinke? Du kriegst nicht mal richtig aufs Klemmbrett, wenn ich wieder da bin, ne? Gott, oh Gott. So, du alle. Heil jetzt ganz fliegst meine Pokémon. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Außer sinnlos, meine Items zu verschwenden. Das möchte ich jetzt gerne vermeiden. Ich könnte natürlich schnussstrackst mit Tutu durch die ganze Arena marschieren, aber... Nö. Das wäre mir zu einfach. Ganz ehrlich, ich möchte gerne, dass meine anderen Pokémon da auch was von haben vor den Schlägen, die sie da ausgesetzt sind. Und... Okay. Die linke Seite haben wir jetzt schon abgeschlossen. Bleibt ja nur noch die Richter. So. Hallo. Ich spreche dich mal von dieser Seite an. Ja, Meister der Kampfkunst. Das ist schön. Du bist ja auch schon ein bisschen länger hier so mit dem Bart, ne? Der Jeff. Der hatte noch einen Schrank. Ah, noch schon beruhiglich. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Dann kriegst du jetzt erstmal ein Flammenrad an. Oder auch nicht, weil du schneller bist. Kirin, du weißt, du hast sowas Flink-Klauen-mäßiges, ne? Verwende sie, Mann. Benutz die Flink-Klaue. Benutz sie. Los. Nein. Was tust du? Kirin. Wegen dir laufe ich jetzt nicht nochmal zurück zum Probation. Du hast deine Chance jetzt total verspielt. Ähm. Mit dem Attackenpool? Nö. Da sind die anderen drei ein bisschen... Bisschen, äh... Ja, am anderen. Da nehme ich lieber Elikotti. Das Ding ist aber paralysiert. Das Ding da hinten, ne? Da hinten, ne? Ja, das guckt mich schon so komisch an. Guckt euch diesen Blick an. Die guckt so komisch. Elikotti macht wieder Volltreffer. Das ist schön. Das, was Elikotti am besten kann, Volltreffer machen. Ja, das war noch einer. Der hätte aber nicht so viel Starten gemacht wie der davor. Und könntest du bitte deine blöden Attacken lassen? Jetzt kriegst du jetzt auch den Tackle. Bums. So, ist gut hier. Meine Güte. Schockierend. Ja, das fand ich auch sehr schockierend. Aha. Er ist ein Witzbold. Habt den... Alter, das ist mein Job. Schlechte Witze machen ist mein Job. Du kannst nicht einfach schockierend sagen, weil Elikotti dich gedonnerschockt hat. Du Blödmann. Äh. Hatte ich nicht gerade irgendwas mit Itemverschwendung? Na, 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 na. Ach ja, man kann ja auch... Ach ja, man kann ja hier unterdurchlaufen. Da war ja was. Stimmt ja. So, der da rennt wieder panisch hin und her. Stimmt ja, da war ja ein Weg unten drunter. Ja. Übrigens, noch mehr Fäuste, hat er gesagt. Gut. Noch mehr Fäuste ist gut. Äh, Menki. Ja. Okay. Nimm mich hin. Hier, Surfer. Aha, nicht funktioniert. Na, 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 na. Lall, 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 lall. Also, der Surfer müsste ja hier in der Arena eigentlich einen Boost kriegen, solange der Wasserfall an ist, ne? Bin ich voll für. Wegen des Sprühwasser, das hier durch die Arena fliegt. Der Rela hier müsste ja vollen Schimmelbefall haben. Bleah. Ich will raus. So. Das Menki ist weg. Kommt noch ein Menki. Wow. Ich wollte eigentlich nicht wechseln. Nein. Das ist auch noch rasig. So. Eiszahn. Schöne ist ja bei Eiszahn, Feuerzahn und Donnerzahn, dass das Bokum mal so beschrecken kann. Das ist ja das Schöne. Das richtig Schöne dabei. Habe ich schon gesagt, dass es schön ist, aber es funktioniert manchmal nicht. Au. Das tat weh. Blöder Kreinschrein. Und ich hoffe, das tat auch weh. Ja, es tat weh. Oh, das Menki ist auch kaputt. Nesse Matsch. Und ein Raserf. Hab ich's doch gewusst. So, das Raserf ist schneller als mein Hydroblast. Ich glaube, Hydroblast, ähm, du bist gleich erstmal weg. Ähm, und ja. Oder auch nicht, weil es erstmal wieder Kreideschrein einsetzt. Das kannst du mein Ding tun. Blödes, rasenhaft. Du kriegst du nämlich erstmal ein Eiszahn am Kopf. Und ich hoffe, du frierst ein. Oder schreckst zurück. Oder was auch immer. Ich kann mich auch eher mit dem Zurückschrein machen. Ich glaube, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich verschrumpfe gerade auf meinem Stuhl. Ich gehe jetzt in Deckung, bevor mich wieder einschlägt. Ah! Blödes Raserf! Zögert das noch voll hinaus, als ich ihn weghau, ne? Ich glaube auch gar nicht, dass es mit Tutu so einfach wäre, hier die Arena zu machen, wegen den Kampfattacken. Raserf, was tust du? Hau mal einfach einen Karateschlag an den Kopf und gut es. Also nicht mir, sondern Tutu. Vielleicht kommt es dann mal zu Sinnen. Wer weiß das? Könnte ja passieren. Raserf ist ja weg. Tutu erreicht Level 25. Ja, und Tim ist kaputt. Und er wurde zerschmettert. Zerschmettert wurde er von unseren Tutus. Gehe ich trotzdem nochmal wieder raus, weil ich möchte zum Pokémon Center, denn gegen Hardwick möchte ich gerne mit meinem kompletten Pokémon Team antreten. Immer diese Laufwege. Warum ist das Pokémon Center auch so weit von der Arena weg? Kann man das nicht in die Arena mit einbauen? Das ist doch mal. Wollen wir nicht so weit laufen? Oder wenn mal einer rumsteht, einfach mal schnell die Pokémon heilt. Das wäre ja mal was. Oder die Arena wird abgeschlossen. Man kann seine Pokémon nicht heilen. Das wäre aber gemein. Aber es geht. Machbar ist es. Man muss es nur programmieren, aber es wäre gemein. Das wäre dann voll unmoralisch, das Spiel. Na ja. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Gehen wir wieder rein. Schalten den Wasserfall aus. Und knapp hier drücken. Eine große Kurbel. Willst du daran drehen? Ja. Dreht mir voller Wucht an der Kurbel. Ja. So. Und der Hardweg ist trocken. So. Tut er endlich kein Moos mehr ansetzen. Und Schimmel. Und Korallen. Und so ein Zeug. Ne? Und hallo. Wow. Dieser unerbittliche Druck der Wassermassen. Die Tropfen für Tropfen. Und Schweifel schweilen. Auf mein Haupt niederregnen. Die ist da. Unbeschrieben. Hey. Moment mal. Du kannst doch nicht einfach so den Wasserfall stoppen und mich bei meinem Training stören. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brock. Sieben Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stehle mich. Was sagst du da? Das macht meinen Pokémon auch nicht stärker. Da hast du natürlich nicht ohne Recht. Egal. Lass uns endlich kämpfen. Ja. Nicht gerade der Mann der großen Worte. Der lieber Hardweg. Aber er hat einen dicken Bauch. So. Und er ist kampfbereit. Das ist schön. So. Und Rasav. Level 9. Jo. Ja. Nimm ja alles mit. Ne? So. Oh mein Gott. Die Fliegenklaue. Sie funktioniert. Und wenn es auch das Rasav verbrennen würde, das würde noch genialer sein. Oh. Schade. Ist jetzt doch... Nein. Nicht Doppelzielen. Ich dachte gerade so an Gesichter. Aber irgendwie ist die weg. Und er kann Steinhagel. Ich glaube, wir kriegen hier ein klitzekleines Problem. Oh, du ganz kleines. So. Halt und Blast. Mach mal was. Es pumpt sich auf. Nix hier mit Fokus... Nee, Fokus stoß nicht. Wie ist er da? Fokus... Punch. Power Punch. So. Danke. Ich hab's noch erraten, bevor das angezeigt wurde. La la la. Das kannst du aber gerne so weitermachen. Ich hab da kein Problem mit. Und es ist eingefroren. Yes. Yes. Es ist eingefroren. Yes. Danke. Es ist eingefroren. Hallo? Es smasht gleich durch das Eis durch. Aber nicht, wenn ich angreife. So. Es kommt wahrscheinlich ein Trank oder sowas. Es ist aufgetaut. Ja. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen Hitzkopf und taucht deswegen aus. Man weiß es nicht. Aus. Auf. Tun, tun. Hier. Surfer. Nimm das. Machst du noch weiter, Power Punch? Stell dich überhaupt nichts gegen. Nö. Es wird zurückgerufen. Schade. Das war gerade lustig. Ein Quapo. Hass in dich. Ja. Deswegen. Es ist ein Kampf Pokémon. Ich hab ein Problem. Quapo ist dumm. Quapo setzt Sachen ein, die dumm sind. Die nicht sehr weckensvoll sind. Aber doch schon schaden machen. Schade. Es ist nicht eingefroren. Ähm. Äh. Hm. Jetzt geh ich den Wechsel. Ich wechsle mal auf Spine. Das könnte uns wehtun. Und ich wollte erst auf Elikotti gehen. Bei Spine ist das ja nicht gerade effektiv. Fing ein Gift, ne? Aber es wird trotzdem wehtun. Ah. Das geht ja noch. Jetzt bin ich mal gespannt, was der macht. Ähm. Ja. Gift Stachel. Das ist mein Finger weiter den Powerpunch machen können. Ah, es ist vergiftet. Es ist vergiftet. 1 zu 0 für mich, du böse Quapo. So. Ähm. Das funktioniert nicht. Das ist das gemeine jetzt an der ganzen Geschichte. Aber es ist zumindest schon mal vergiftet. Wie gesagt. Das ist ein Punkt für mich. Das ist nur für mich zum Vorteil. Weil es macht jetzt richtig schön Schaden, das gibt. Wupp. So. Dann gehen wir mal auf Elikotti. Wohin eine Paralyse auch nicht schlecht wäre, ne? Aber da kann ich jetzt auch nicht machen. Nein. Nicht die Hypnose. Quapo plus. Why are you doing this? Weil das kann wahrscheinlich. Blödes Quapo. Elikotti. 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 Nein. Elikotti. Das hat weh. Mein armes Elikotti. Natürlich hat es noch alle Bäre dabei. Ähm. Tutu. Genau. Konfusion. Das ist gut. Da muss ich auf die Idee kommen, Powerpunch zu machen. Aber das kann es mein Ding machen. Ich greife es da eh an. Das macht nicht gerade viel Schaden, ne? Ja, mach du, Mann. Ich kein Problem mit. Mach du mal deinen blöden Powerpunch. Ich mach noch weiter mit Konfusionen. Dann kannst du deinen Powerpunch eh nicht einsetzen. Weil ich dich angegriffen habe. Hahaha. Das ist nämlich das schöne... Das ist der schöne Nachteil am Powerpunch. Ich liebe es. Du kannst ruhig weiter Powerpunch machen. Ich brauche deinen blöden Server nicht. Den kannst du behalten. Den habe ich selber. Hahaha. So, das sollte es eigentlich sein für Quappo. Jo. Gott sei Dank. Das wurde schon ein bisschen nervig. Ich kann mal wieder rase auf. Ich würde die gerne wechseln. Da konnte ich steinhageln, ne? Ähm. Ja, ich könnte mir noch lange nicht geschlagen. Ja. Ja, ist ja guthaft. Ist alles in Ordnung. So, was mache ich jetzt mit dir? Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Powerpunch. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Powerpunch. Deswegen mache ich lieber Attacken rein. Und das Doppelteam ist gerade nicht sehr gut dabei. Da, ich gebe mich noch nicht. Da. Er fällt gleich zusammen. Bitte triff. Bitte triff. Nein. Dieses verdammte Doppelteam. Das tat weh. Tutu. Tutentun. Ich muss einen Trank einsetzen. Weil egal, ob er jetzt mich trifft oder nicht. Ich bin tot. Natürlich machst du es in Powerpunch. Und. Tutu. Tutu. Tutu ist tot. Das lief mir nicht so gut. Ich bin in den Augenbach gefallen. Verdammt. Ich hasse dich. Du bist schuld. Du bist an allem schuld. Gut. Oder auch nicht gut. Strategie wechseln. Ich werde schon mal eben Tutu nach vorne setzen. Und dann werden wir im nächsten Part einfach mal mit Tutu durchstürmen. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber. Okay. Da wollen wir mal sehen, dass wir im nächsten Part jetzt Hardwick Besicht bekommen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bye. Pokémon Hardgold. Tschüss. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.